Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ocarina of Time. Ja, ich bin noch extra hier hochgegangen. Nein, ich hab davor aufgenommen, aber die Aufnahme hat irgendwie auf einmal so gelegt. Dann war weh, weh, weh. Und dann habt ihr die 20 Sekunden, die ich geredet habe, verpasst. Ja, sehr schrecklich, ich weiß. Haha. Ähm. So. Erst gehen wir hier die anmachen. Hauen drauf. Holen wieder den Stock. Und latsch nach hier. Und, oh Gott, das hat doch eben geklappt. Ich hab die andere aber nicht angekriegt. Äh. Ah, ich ver... Ich Idiot. Genau, hier sind doch noch andere. Dafür sind die da... Oh, ich Idiot. Ich bin so dumm. Aber da ist ja nichts Neues. Hm, 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 hm. Ich verstehe, was ich machen muss. Und das ist gar nicht so schwer. Schieben. 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 Oh. Das da hinten... Äh. Da müssen wir ein wenig umschieben. Wieso bin ich nicht da leicht drauf gekommen? Ich Idiot. Aha, aha. Ähm. Das kommt hier hin. Genau hier drunter. Noch ein bisschen. Ja. Und jetzt schieben wir dich noch auch hier lang. Schieb. 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 Okay. Okay. Ist leichter, als ich eigentlich dachte. Besser, als es verzweifelt überall rum zu dackeln. Ja, ich... Ja, Idiot. Ich weiß. So, jetzt muss das doch eigentlich kein Problem mehr sein. Jetzt hatte ich nur kurz ein Problem, da hochzukommen. Ähm. Hm, hm, hm. Einmal. Zweimal. Und dreimal. Aha. Ach, so. Ich meine, eigentlich geht nur das andere an. Und von da... Ja. Ich hoffe mal, dass das jetzt auch an ist. Das wäre jetzt nämlich, ähm, vom Vorteil. Ja, ist es auch. Gut. Jetzt verstehe ich auch, warum hier noch extra so ein Teil ist. Damit ich treffe. Aha. Aha. Hm, hm, hm. Dann haben wir also gerade zwei... Oh Gott. Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. So. Jetzt kommen wir rein. Anzünden. Zumachen. Und... Abrennen. Hahaha. Ach, ha, ha. Ach, ha, ha, ha. Ah, ha, ha. Ach, man. Ich will jetzt aber nicht irgendwie zurückrennen hierfür. Ach, vielleicht passiert dann ja was. Mal sehen. Das passiert aber auch gar nichts. Naja. Besser, wir probieren es mal aus. Schon das Rizile besser als das, was davor da war. Mann, das scheiß Teil da soll wieder weggehen. Mann. Ich hab keine Ewigkeitszeit. Oh, fick dich. Fick dich. Lass mich... ...in Ruhe. Wieso ist das Teil auch überhaupt direkt wieder da? Oh Gott, mein Bruder ist gerade da. Und er sagte, wenn er umkommt, schreibt er mich an. Oh bitte, schreib mich nicht an. Oh bitte. Ah, der hat sich nämlich erst wieder ein eben neuer Skype geholt. Was war das denn jetzt? Oh Gott. Hilfe. Schreib mich nicht an. Ich bin gerade am Aufnehmen. Ha, ha. Ha, ha. Pausieren wir? Nein. Ich kann auch ruhig mal warten. Wie sagt er selbst immer? In der Ruhe liegt die Kraft. So. Jetzt killen wir die scheiß Goldtüller mal ganz schnell. So. Aha. Was dadurch jetzt auch immer passiert ist. Oh Gott, bleib weg von mir. Oh Gott. Pausiere mal die Aufnahme. So, weiter geht's. Hä, hä, hä. Hm, hm, hm. Ich bin gerade ein bisschen dumm durch die Gegend gerannt. Hm. Ja. Du bist ein wenig im Weg. Aber nur ein wenig. Ah, okay. Ich verstehe schon. Ist hier ein Herz drin? Nee, aber Sachen, die ich nicht brauche. Ja, jetzt ist mein Bruder einfach in Skype reingeplatzt. Dankeschön. Hm, hm, hm. Ja, komm schon. Kisten schieben. So äußerlich spannend. Ich würde jetzt gerne wissen, was ich dabei eben aktiviert habe. Ja, ich würde nur das rausnehmen. Ich rede dich um, du scheiß Vieh. Genau. Habe ich die Fackel da angemacht? Oh, komm schon. Nee, danke. Ich bin froh, dass ich noch nicht ein bestimmtes Item habe. Womit ich das direkt auslöschen kann. Das kriegen wir auch erst später. Noch ein bisschen viel später. Ah, ich verstehe schon. Dafür war das eben gut. Hm, hm, hm. Gut, dass ich das schon mal vorgesorgt habe. Das ist schon mal vorgesagt habe. Ja, klar. Hochheben und werfen. Haha. Und wir auf. Ah, Zwischenboss. Cool. Cool. Ich Idiot. Hoch da. Geh da hoch, du Idiot. Link. Du bist so ein Idiot. Die kommen eigentlich zu mir, ja. Oh, Mann. So. Mein Glasmilch muss mich retten. Oh, Mann. Mann, oh, Mann, oh, Mann. Link, du Idiot. Hättest du nicht einfach hochspringen können. Stirb, Mann. Na, kommt schon. Die mutierten Echsen, Mann. Stirb, Mann, stirb. Danke. Ich gehe nicht zu dir. Du kommst jetzt mal schön zu mir. So macht man das. Und hinter den Steinen, da ist noch Skulltoll, also weiße Schweiß. Was mich gerade aber so wenig interessiert. So, jetzt haben wir schon unsere ganze Milch aufgebraucht. Hm, hm, hm. Aha. Scheiß Vieh, Mann. Da ist doch eigentlich ein Auge drin, glaube ich. Hat dich aber, Master Quest, nicht vergessen. Hm, 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 hm. Hm. Aha. Ich verstehe. Ähm. Ja, wofür soll das jetzt bitte gut sein? Also, die Bombe. Haha, ähm. Muss ich ja jetzt nicht direkt auf Anhieb verstehen. Ich wirf dir einfach mal da hinten hin. Hm, komm, und jetzt? Ich versteh es nicht. Oh, ja, ja, ich versteh schon. Nicht, Idiot. Komm, bitte lass uns direkt nach, 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 nach. Komm, Mann! Link! Du kannst einen so auf den Sack gehen mit deiner Dummheit. Ja, ich schieb alles auf Link. Ist einfach so. Ich bin nicht schuld. So. Link, du Idiot, Mann. So, jetzt tut dir mal weh. Haha. So. Schon viel besser. So. Endlich. Ha, ha, ha. Endlich. Drüber. Eigentlich war hier immer eine Kiste. Aber. Oh, Gott. Nee. Ich bleib dann hier erstmal schön. Dann da wieder runter? Nee, nee, nee. Hier ist ne Kiste. Oh, nee. Was macht ihr scheiß Viecher wieder hier? Ja. Ja. Was machen die scheiß Teile denn wieder hier? Echt jetzt mal. Ich mag die Dinger da nisch. Bitte, bitte sei das, was ich denke. Danke. Nein. Och, Mann. Es kommen noch Rubino oder so. Och, was soll das scheiß, Mann. Ja, tut mir weh. Ja, für eine Skull toller Reihe ist es vielleicht doch noch gut gewesen. Herzen, komm schon. Oder nicht? Ich will kein Geld. Geld macht immer noch nicht glücklich. Aha. Oh, Gott. Ich kann hier doch wieder hoch, oder? Bitte. Irgendwo. Nein. Oh, Gott. Fallen wir gleich den Part beenden. Ähm. Geh ich selbstständig hoch. Also wieder zu dem Punkt. Denn ich hab jetzt keine Lust, euch das noch zu zeigen. Link, verarsche mich nicht. Du gehst mir auf die Nerven mit deiner Dummheit. Oh, nenne ich die schon wieder. So, ich sag Tschüss. Wir sehen uns das nächste Mal wieder da, wo wir aufgehört hatten. Tschüss. Und hier sind die Säte. Und hier ist das. Ich sage mich, das ist die Säte. Vielen Dank.